RCT-Radio-Komödie, The Better Way of Blödsinn LTR2 präsentiert Bauer sucht Sau, die neue Doku-Soup. Mein Name ist Heinrich, Heinrich Schlunz. Meine Freunde sagen auch immer Schlunzi oder Schlunz Heinrich. Ich suche auf dem Weg eine richtig alte Drecksau. Das sollte es richtig schlimm, drecklich oder wie auch immer sein. Egal, ich nehme alles, was ich kriege. Wenn auch du wie Schlunz Heinrich einen neuen Partner suchst, dann komm zu Bauer sucht Sau. Mein Name ist Ingrid, ich bin eine richtige Drecksau. Ich suche einen Partner fürs Leben. Wenn auch du wie Ingrid was zu poppen suchst oder einfach einen Partner fürs Leben oder irgendein anderes Schwein, dann Bewerbungen jetzt an LTR, dem neuen Multimedia-Sender. www.seemm.dependent.de